Dürfen wir vorstellen, hier kommt die fünf Jahre alte Mary. Mary lebte zusammen mit anderen Hunden in einer Ruine mit drogenabhängigen Menschen zusammen und dort wurde sie dann auch von der Polizei beschlagnahmt. Und tatsächlich hat sich Mary bei uns zu einer echten Schmusebacke entwickelt. Anfangs braucht sie etwas Zeit, um sich auf die Menschen einzustellen, doch dann genießt sie die Streicheleinheiten sehr. Mary ist wirklich eine ausgeglichene Hündin, die sowohl aktiv mit anderen Hunden spielt und verträglich ist, aber auch gerne einfach mal nur in der Sonne liegt. Ihr ausgeglichenes Gemüt hilft ihr ebenfalls, im gemischten Rudel sehr gut klar zu kommen. Marys Tochter Brava wurde bereits im Januar 2024 vermittelt und genau dieses Glück wünschen wir Mary nun auch. Die wirklich herzensgute Hündin sucht nun ihr Zuhause und ihre Menschen für immer. Wenn du das sein möchtest, findest du mehr Informationen zu Mary und zu der Bewerbung für sie in der Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017